Ich bin gerade drauf, aber der folgt dir noch. Land, dann passt doch. Pfeif ihn mal bitte ab. Pfeif ihn mal bitte ab. Der rennt hier runter. Bring mich zum Raaf. Ja, der rennt aber sonst wohin. Und dann haben wir gleich einen 7 Minuten Rex. Der ist stabil. So, und jetzt. Du musst abpfeifen, wenn ich da runter bin. Sonst bringt das nix. Du musst halt mal absteigen. Oh, jetzt. Pfeif ihn mal ab. Ja, das geht halt nicht gleich. So, jetzt. Hast du deinen Firebird mitgenommen? Jetzt bleibt er hier. So, mal gucken, wer hier zuhause ist. Ja nee, ist klar. Ist klar. Vergiss das Raft nicht, lustig. Nee, nee, vergess ihn nicht. Keine Angst. Du hast aber wieder so scheiße geparkt. Ey, oh man. Ich hab das Ding aufm... Nee, das Ding steht hier voll scheiße. Sag mal, kannst du eigentlich irgendetwas? Ja, nicht mit dem Raft parken. Ich hab's halt ein Stück weg vom Ufer geparkt. Ja, aber genau da, wo es tiefer wird. Sehr schön, wo man nicht mal aufsteigen kann. Muss man auch alles selbst machen. Selbst navigieren, also... Weif doch einfach das Raft an. Ja, genau. Dann kommt's vielleicht zu dir. Sehr schön. Hör auf zu meckern, das nächste Mal fahr ich das Raft einfach weg. Und stell dir einfach nur eine Kiste mit Holz hin. Bau dir ein Raft. Ja. Hast du keins, bau dir eins. Hast du kein, bau dir ein Raft. Na gut, okay. Ich hab Firebird, ich flieg mal wieder nach drüben. Hm. Brauchen wir noch eine Schildkröte? Ne. Okay, dann nehm ich keine mit. Hätte dir noch einer aufs Raft gestellt, solange? Lasti? Ja, ich weiß. Ja, ich muss essen, ich muss essen, ich weiß. Schaffst du es, den Rex auf das Raft zu navigieren? Ja, das schaffe ich definitiv, wenn es vernünftig am Strand steht. Dann schafft man das. Also liegt das jetzt am Strand? Ne, das liegt ja am tiefen Wasser. Ne, äh, äh, liegt das am Strand, dass du mit dem Rex nicht aufs Raft kommst? Ne, ne, das liegt nicht am Strand, das liegt ja am tiefen Wasser. Du musst an den Strand fahren mit so einem Ding. Und daaaan funktioniert das auch. Dann kriegt man auch einen Rex drauf. Dann kriegt man auch einen Rex drauf. Dann kriegt man auch einen Rex drauf. Nö. Nö, so nennen wir ihn nicht. Nö. So. Okay. Ja, hier habe ich noch ein bisschen was gefunden. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Ja, leg mal ein Einfamilienhaus hier hin. Boah. Ich bastel gerade mal wieder ein paar Trank Darts. Okay. So, fünf, sechs, hundert. Okay. Tja, so. Ja, ist doch halb so schlimm. Also bei den Dodo schaut es wieder gut aus. Echt? Ja, er ist gar nicht so wild. Wie viel sind es denn jetzt, 60, 70? Ach. Wanns noch nie. Nicht so laut. So. So. Es geht gen Heimat. Haben wir noch irgendwo Holzkohle? Oh, hier haben wir... Wild Meat. Dann mache ich doch mal wieder Narkotiks draus. Ja, Narkotiks sind immer gut. Werden gebraucht. Werden gebraucht. Ich bin halt irgendjemand, glaube ich, gerade ein paar verbraucht für Trank Darts. Ja. Das wohl ist? Hm. Keine Ahnung, Dosti. Kennst du da jemanden spontan? Ich weiß wohl... Ich weiß wohl... Nö. Keine Ahnung. Nö. Okay. Wichtig nicht. Haben wir nirgends mehr... Holzkohle? Holzkohle? Da war doch ein Schrank mit Holzkohle. Da lag... Das ist da alles schon weg. Okay. Ja, sonst weiß ich nicht. Da lagen doch nur 500 drin. Kann sein. Etlökt, etlökt, etlökt. Etlökt. So. Der andere Rex, der steht auf neutral, ne? Und den hier habe ich jetzt auch... Angst, dass sie sich direkt hier paaren, oder was? Ja, Rex-Party, weißt ja. Ach, Losti, da bist du ja schon. So. Ja, sehr geil. Da bin ich ja mal gespannt, was dabei rauskommt. Könnt ihr auf dem Rückweg noch ein bisschen Eisen mitbringen? Äh, wir sind schon wieder da. Im Ofen ist noch... Im Ofen muss noch Eisen sein zum Brennen. Was finde ich zu sagen, dass das alles schon verbraucht ist? Ja, dann ist es weg. Kann ich es auch nicht ändern. Wir hatten auf alle Fälle ein bisschen was mitgebracht. Wie sieht es jetzt hier aus? Ah, hier ist ja schon wieder Schokolade. Und nochmal Schokolade. Hm, sehr schön. 26 Eier. Ja, du hast wirklich aufgeräumt hier. Deadman, muss ich dir sagen. Sag ich doch. Alles gut. Du hast doch schon ein Negativ. Aber hier läuft jetzt gerade ein Dodo rum. Der hat ja eigentlich gar nichts zu suchen, oder? Mit dem habe ich nichts zu tun. Mit dem habe ich dann nichts zu tun. Na komm. Du darfst hier draußen stehen lang und mache halt. Die selbe Wandering machen wir. Ja. Ja. Das ist doch cool. Ja. Gefällt mir. Hm. Na gut, ganz 4500 sind es nicht geworden. 278 Trank Darts. Okay, wir haben 13 mal Schokolade jetzt. Das ist doch cool. Ja eben. Wäre ohne die ganzen Dolos gar nicht möglich gewesen. Das stimmt allerdings. Das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Ach, das wäre wirklich nicht nötig. Ja, hier. Komo hat schon wieder Strippenzieher gespielt. Sehr schön. Elektrifiziert. Kasse. Ja, aber. Kompletto toto mundo hier. Das sieht doch mal aus, ey. Sehr, sehr schön. Komo, bin stolz auf dich. Ja, kannst du mal sehen. Ich auch. Hast du gut gemacht. Äh. Hier an der Werkbank hinten links, da habe ich die Trank Darts jetzt mal reingepackt. Wie viel hast du denn jetzt hingekriegt? Was hattest du gerade gesagt? 278. Okay. Ja, geil. Das ist schon einig. Dafür habe ich aber auch jetzt wieder ein bisschen was verbraucht an dem Zeug. Wolltest du eigentlich hier an den Cauldron nochmal einen Wasseranschluss legen? Ähm. Irgendwann mal, ja. Mal schauen. Es geht bald ans Kribbel machen, ne? Ja, ja. Ich würde das dann aber hier hinten über die Felder machen. Ja, genau. Quasi hier hinten hoch und dann... Ist ja auch eine... Ich glaube, die kannst du sogar fast unter den Foundations legen, ne? Wenn du hier vernünftig rauskommst. Dazu richtig ein paar abreißen. Ja, aber... Ich glaube aber, ich würde den Cauldron... Äh, ich würde das... das Wasser hier oben reinlegen. Ja, oder lass den... Pack den Cauldron doch hier hin. Und den Cauldron ins Haus packen. Ja, oder hier hin. Kann auch offen stehen. Nö, im Haus. Nö, im Haus gut. Dann setzt den da rein. Kein Problem. Ich hab nochmal 140... äh... Gasolin gemacht. Also jetzt kommen wir ein paar Tage aus. Der 45er ist hier der Neue, ne? Neue Agentaris. Da brauchen wir nochmal den Namen für. Aber Komo verliert sie nur. Ja. Wo ist denn hier das... Das einer... Äh... Agentaris Ei. Habt ihr das auch ausgebrütet? Ne, das muss da noch drin sein. Das muss da noch drin sein. Nö. Doch. Wir haben nix ausgebrütet. Doch da. Sag ich ja nicht. Da ist es doch. Ach. Wollen wir mit dem da wirklich nicht rein? Natürlich geht das. Guck mal. Ja, laufen. Das geht ja. Du bekommst nur einen. Passt doch. Ne, ist doch schön. Das ist doch mal cool. Was hast du jetzt reingebracht? Ja, hier unser... Achso. Unser Fluggerät. Unser Ketzer. Aber ich... Ich sehe da schon richtig... Für mich wird da kein GPS-Gerät mitgebaut. Äh... Ne, da hatten wir gestern nicht mehr genügend Material für. Sonst hättest du eins bekommen. Wir haben an dich gedacht. Das haben wir nicht vergessen, glaub mir. Ja. Aber... Wir hatten nix mehr. Weiß ich, was ich die ganze Zeit machen wollte. Ein GPS-Gerät. Oder wie? Nein. So. Dann stelle ich dich doch auch mal... Ne, dann... Okay. Lass ich dich jetzt doch auch neutral stehen. Ja, machen wir. So, dann stößt du auch neutral. Elektronix. Fiber. So. Schöner T-Rex. Faltkristall. Elektronix. Da kannst du ein bisschen Gewicht noch dazu kriegen. Also deine weibliche Begleitung ein bisschen stärker wie du. Und wieso bist du denn hier im... Raft festgewackt, ey? Ja, da kannst du ein bisschen Gewicht noch dazu kriegen. Nein. Hier kommst du richtig schlecht. Also die Rechse, die haben ja echt einen Wendegreis wie ein Panzer, ne? Jupp. So. Guck mal, das sieht doch mal stark aus, oder? Das ist doch mal... Das ist doch mal eine Eingangs-Security, oder? Das finde ich stark. Hm. Mhm. Ja, die passen mal schön auf. Muss mal rausgucken. Deadman. Die passen richtig gut auf jetzt. Stehen auf neutral. Und haben immer den Spruch auf Lager, du kommst hier nicht rein. Hahaha. Ja, sehr schön. Äh, hier ist ein kleiner Argentavis übrigens, der hier rumläuft. Wo? Äh, wo? Hier. Wo ist hier? Ähm, hinter... Das ist der, der gerade ausgebrütet ist. Wir brauchen Essen, Kinders. Wo ist der denn? Ähm, hier. Wir sind zwei. Bring Fleisch mit, ich bring Fleisch mit. Sind das Zwillinge geworden, oder wie? Ja, dann sind das Zwingelinge geworden. Zwingelinge? Zwingerlinge? Boah, sag mal. Ach, die sind doch auf Enable Wondering. So. Ne, die folgen dir. Weiß ich. Hast du da Fleisch für? Warte kurz.